Er ist Freitag geboren, um 1 Uhr morgens. Es war nicht so schlimm. Leg deine Hand auf meinen Bauch. Ich habe ihn verkauft. Was? Was heißt verkauft? Ja, ich habe ihn verkauft. Wo ist er? Bei Leuten, die ihn in der Familie unterbringen, da geht es ihm gut. Er wird adoptiert. Aber wo ist er? Sag ich doch, ich habe ihn verkauft.